Ich bin Abel Cabezas, Innovation Manager bei der Innovationsabteilung und ich leite die E-Mobility Solutions bei Uniper. Heute haben wir in E-World unseren Infrastruktur-as-a-Service Mobil-Ladesäule-Lösung präsentiert. Wir glauben, dass die Mobil-Ladesäule wirklich eine Lösung sein kann, um dieses Hand-on-Eye-Problem zu lösen, in dem Sinne, dass wir damit schnell laden können für jede Anbieterin. Für uns ist das wirklich von Kostenrelevanz, weil einerseits sehen wir, dass unsere Value Proposition hochwertig ist. Andererseits sammeln wir Kundenleads, um Angebote vorzulegen und genau diese Zahlungsbereitschaft zu bestätigen. Wir haben im Markt eine neue Ausschreibung für die Pre-Serial-Production-Herstellung dieser Technologie. Aber parallel versuchen wir auch, verschiedene operationelle Aspekte zu verbessern und auch natürlich vor Verträge mit möglichen Kunden heranzufliegen. Es ist wirklich sehr energisierend, so zu sagen. Und du kriegst Energie von der Kunde, von der Ansprechplaner und du kriegst das Gefühl, dass du wirklich etwas sinnvolles für Univer und bei deiner Arbeit, du kannst auch, du bringst mehr Wert.